Betriebsleiter Bob ist begeistert, dass Installation und Inbetriebnahme des neuen Antriebs nur noch einen Bruchteil der bisherigen Zeit beanspruchen. Auch im laufenden Betrieb behält Bob dank der 360-Grad-LED-Anzeige am Antrieb den Systemstatus stets im Auge. Die LED-Statusanzeige am Antrieb warnt Bob bei einer Störung. Per App erkennt Bob sofort, um welche Fehlermeldung es sich handelt und kann schnell reagieren. Kleinere Anpassungen kann Bob gleich selbst vornehmen. Ansonsten leitet er das Problem digital an die Techniker weiter. So kann er die Stillstandszeit der Anlage minimieren oder gezielt einplanen. Die Erfahrungen mit unserem digitalen Antrieb zeigen es. Von der Planung bis zur Wartung profitieren alle. Darum werden wir für Sie weitere smarte Innovationen entwickeln, die Ihre Arbeit erleichtern. Unsere Teams sind bereits wieder am Werk. Sie dürfen also gespannt sein.